heute spielen wir die letzte season also das hier ist mein letztes video für diese season heute mit dabei mein freund tom dabei der war schon öfters mein videos mit dabei leute und ja ich würde sagen wir fackeln nicht lange herum und starten die du runde ich fresse mich voll wenn es morgen einen live event geben wird zu der nächsten season dann mit ihnen zusammen ich mach mal gruppe auf privat oder ist schon ist hallo gruppe ist auf privat alex ich weiß weil ich habe gerade ein streamer von händel geguckt bestdeutsch wir dürfen doch den namen von ihnen nicht sagen gestern wurde gefilmt durch bei ihnen war ich glaube du musst gern nichts gegen aus ganz aber bei mir war einer ich habe diese leute die so und dann später so team mit mir auf einmal so wetten die so richtig schreien du denkst du mal so oh mein gott wie hässlich du denkst du mal so oh mein gott wie hässlich das was ich meine ein duel war früher so ein ausgehen und der mix sagt ihm aus und jetzt auf einmal so hat hat alexander uns geschenkt und er direkt so und dann und dann direkt so wenn er ein ausgehen sieht jetzt oh mein gott wie süß ich habe ihn durch die wand hier kannst du mitnehmen wenn du brauchst ich nehme mich mit hey einfach vor gegner digga warum machen wir alle von eben ja stimmt ja bleib bitte direkt bei mir stehen kurs du kannst du mir ey hehehe ich dann heile ich mich jetzt alleine komm hier hallo so ab mit pampel 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 ui da bist du wohin sollen wir hier bin der Autofahrer du hast mich hier eingesperrt keine keine Metz mehr Mann wohin sollen wir warte lang bist du dir Towers noch schön bisschen Kärchen ok nachladen 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 Schatzkarte oh nein jemand hat Pöppelt bei mir plötzlich oh ich dachte es geht aber was ich habe Schatzkarte warte wir sollen doch nicht die Towers chillen warte komm steck ein in mein in mein Benz du musst fahren hör mal auf das ist verschwinde ey du du musst fahren ich muss gucken ja sagt links rechts warte nach vorne nach da vorne nach da nach da nach da nach da nach da nach da nach links nach links nach links nach links Nach links, nach links, nach links, nach links. Ja, dieser Scheiß, bist der da? Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, stopp, stopp. Ich hab's rübergeschmissen. Ich krieg's auch was anziehen. Wow. Wie viele goldene Waffen hast du? Zwei. Ich hab einen. Komm, was ist hier? Ich hab einen. Dankeschön. I'll leave you for the bot. Ist mein aimbot? Hast du aimbot? Nein. Ich hab einen gefühl zu bei mir. In welchem Pump soll ich mitnehmen? Oh, ich krieg's. In welchem Pump kann ich mitnehmen? Die blaue oder die goldene? Die goldene hätte ich gesagt. Ich find die goldene eigentlich kacke. Welche Pumpen haben wir zu besser? Boah. Die, die du kattest. Die schwere Schroppflitte haste ich. Also so, dann nehme ich einfach die hier. Aber ich finde die auch eigentlich kacke. Ja, bitte, 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 in meine Paprika. Ja, Mann. Okay, dann nehme ich die, die du hast. Okay, dann nehme ich die, die du hast. Ich hab sechs Minis dabei. Geil. Ich hab dieses hier. Meine Kacke. Meine Kacke. Meine Kacke, meine Kacke. Oh, ich hab die gleiche Kacke wie du. Die, die, äh, auch eine lila Pumpe. Swacker Pumpe. Hast du ja auch eine lila? Ja. Geil. Oh, warte. Ich geh zum. Oh, warte. Ich geh nochmal zum Jumppad. Nein, du gehst aber ein bisschen außerhalb. Wir müssen ungefähr da hin. Wieso? Ich meine Markierung nicht. Ah, jetzt. Komm lass da hin. Ich will erstmal kurz hier liefen. Okay, dann komm ich auch einfach. Wenn ich hab noch einen Jumppad. Hier ist nix. Da ist nix. Da ist hier ist nix. Hier ist der beste Landing Spot. Nein, nicht hier. Da. Bei. Tilted. Ja. Und Leute, das hier wird in 24 Stunden streamen sein. Nee, echt? Mhm. Also ich werd bis, mhm, 22 Uhr streamen. Okay. Mein Freund Lukas kommt auch gleich zu mir hoch wegen der Nacht ist heute bis morgen bei mir. So. Zockst du auch mit mir dann bis 22 Uhr? Ja, okay. Dann kann er ja auf meiner Switch spielen. Ja. Ich darf schon aber. Darf ich? Ja, darf ich. Mhm. Ich mach hier grad geheime Kiste aus dem Boden auf. Ich budel Kisten gerne aus. Mit meiner Niederautomatischen Machin. Ich hab irgendwie Bock auf Gegner gerade. Ich auch. Langweilig. Ich brauche, äh, Sturmgewehr, Monique. Sturmgewehr? Warte, komm zu mir wegen ich bin ganz weit weg von hier. Bäh. Nein. Ich hab's mit weg. Sieht man. Guck ganz weg. Dankeschön. Reicht. Ist alles noch. Frisch nachladen. Nachladen, nachladen, dun 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 dun. Wer kriegt. Da sind drei Kisten. Einer müsste mehr bekommen. Wir gucken erstmal was für Loot ist, okay? Ja. Ey, ich hab jetzt viel bess... Ich hab jetzt ne viel bessere Werfer als du in Rette die Welt. Ich hab nen Totengräber. Hier, ich bin alles ö... offen. Beton. Ja? Hast schon ne einen Totengräber in Rette die Welt? Ja, hatte ich. Hab aber benutzt. Ist leer. Ich bin auch bisschen rausgegangen aus Rotenheit. Wir... Wird das nicht vergessen, dass wir nur im Lightroom sind. Vergesst ganz weit. Ja, es ist alles okay. Meine Waffen ist... okay. Und okay meine ich. Sind. Nicht Mathe. Nicht Mathe. Ich campel nicht in Gebisch. Aber sonst, 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 sonst. Ich und mein nächstes Mal. Bam, bam, bam. Mach nix so. Noch eine Schatzkarte. Noch mehr Geld. Sollen wir da hält? Ja, okay. Meine Muni. Hey, komm, Jalla. Jalla, 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 Jalla. Wir haben ein Rotchen. Oh. Oh mein Gott. Das ist so geil. Ja, aber... Ich hab noch nie mit einem Rotchen... Äh... Da ist ein Gegner. Hä? Der kann... Bööö... Hab ich mich grad verguckt? Ja, was war das? Das war irgendwie auch wie eine Kuh. Hat er den Kuh-Skin oder was? Ja. Wo ist der Typ? Das ist hier vorne irgendwo. Jumpert. Bei mir. Nee, das ist ein Leverkopf. Jum, jum. Schieß von der anderen Seite auf. Oh. Oh. Ist gut. Der 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 fährt mit Trumpet weg. Seien die Teammates kommt. Das ist fast so kacke von dem Ding. Ich muss nachladen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die hauen weiter ab. Haben wir ein guter Hits getriffst? Nee, neben mir. Wieso? Ich hab nicht so viele Mets. Komm mal. Ich bin tot. Wach, 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 wach. Ich hab einen voll low gespacken. Nein! Aber ich hab den auch richtig weggesprayt. Ich hab einen so guten Loot. Ja. Hä? Wie kann der so abbauen? Ey, da ist so eine Spitzhacke. Hä? Warte mal, ey. Bei mir wird angezeigt, losgehen Spitzhacke. Ja, ich sah so aus. Aber es gibt so eine Spitzhacke dann. So. Ich muss bereit machen. Ja, okay. Okay. Kann um ein bisschen. Ich bin kurz weg. Ich geh mir was und trinken holen. Ich bin eh noch nicht bereit. Ich hab mein hohes C genommen. Also mein Vitaminsaft. Also mein Vitaminsaft. Ich krieg den nicht auf. Scheiße. Ich krieg den nicht auf. Das ist so. Jetzt. Ich krieg den nicht auf. Mal schlecht. Alex, kannst du noch reden? Ja. Lass irgendwo anders dich mal landen. Ja, äh. Conny Cross? Ne, warte. Lass mal. Rocky Wheels. Ich bin sehr weit weg. Da landen sehr seltene Spitzer. Aber viele landen da meistens. Da landen meistens. Was stimmt jetzt? Mach nisso. Mach nisso. Was denkst du? Keiner. Denkst du das jetzt? Ich will nicht mehr dass. Ich will nicht mehr dass. Was ist das? Ja, ich werde gesucht, du wirst gesucht und bei dir ist ein Gegner irgendwo, also bei mir sind Gegner, sehe ich auch gar nicht, ey, merkt ihr, da ist immer eine Kiste, genau da, mach nicht so, bei mir ist ein teammate, ich habe einen, aber einer, ich bin auch tot, warte, hab ihn hit, da, Ja, ich habe ihn aufgeholt, ich habe einen, das war das ein Hit, Digga, der war euer Hitzer, Geld, Geld, gib mir mein Geld, ich habe keine Metz mehr, wir müssen uns verstecken, Warte, mir wird zugeschaut, mir, mir kommt jemand zu. Ehe, ich bin nicht so aufgestimmt. Ey, wenn man von oben meine Nudeln guckt, dann verschwindet nichts von den Nudeln. Hilf für dich. Ja, ich guck was, was die Gegner hatten. Oh, lecker. Ja. Maka für Minis. Vor uns sind irgendwo Gegner. Vor uns? Ja, irgendwo von daher hatte ich Schüsse. Warte, dann geh doch erstmal hier. Ja, ich hab hier hier. Guck, was ist hier, was ich hab, ist eh besser. Nee, Minis. Das ist noch nicht? Ja, okay. Warte, ich brauch noch ein Mini. Ein Mini? Ich hab gerade eben hier irgendwo ein Biki gesehen. Ich weiß, ich hab den auch gehoben. Ja, okay. Geldscheine. Da liegt ein Mini. Und da ist die Schatzkarte. Geil, warte, lass uns gönnen, ich bin nicht erst mit dem. Hast du schon im Haus? ..? Ja. Hundert Stoß. Danke. Da lang. Da hör ich. Was, ich gönne mir ganz gut das Biki. Ja, ich geh schon mal vor. Warte, lass mich mit Autos. No was? Ja, ich geh vor, dann holst du mich mit Autos schon mal ab. Ich geh mal an. und da geradeaus links bisschen links ganz wenig links ganz wenig raus 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 über den stein links 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 hier hat sich mal die scherzstour überfahren ja passiert eh nix die scherzstour ist stärker von autos meine mk7 und meine wie viele goldene wochen hast du ich habe es nur zwei minuten menschen ich habe es nur zwei minuten menschen ich habe mir nicht was für mich kommst du gerne ja was hast du geschraubt eine pistole eine blaue pistole hast du früher in der season 15 gefeiert wo man runter gehen konnte wo runter man konnte ja in die erde rein ah ja das habe ich für mich ganz so cool ich hoffe das kommt wieder rein ja dafür brauchen wir das sandgebiet nicht nicht wüsten gebiet sand ja ich glaube aber das sandgebiet kommt wieder rein guckst hier ist ja auch sand ja wir haben die wüste in der wüste könnte man auch ja sollen wir das beider holen ja was war das für ein sound gerade der hast du den sound gehört du hast irgendein tier umgebracht ich habe mich voll erschreckt ich habe mich voll erschreckt auf mich ich habe mich voll erschreckt auf mich ja da hast du ein tier umgebracht das war ein rabe glaube ich oder fast noch nie ein rabe also ich habe schon mal aber nicht so umgefahren es ist so ein sound noch da gibt es keine mehr guck mal unten die was hier liegt nun medikit nee hier auch nicht bei mir auch nicht oh gibt es hier keine mehr hast du Nein. Soll ich mir Daddy Burger lief? Es ist in der Zone. Wir sind hier schon in der Mitte. Dann lassen wir mal was aus der Mitte gehen, sonst werden wir noch weggesprägt. Hey, lass Mitte bleiben. Da muss ich mal die ganze Brücke abbauen. Die meiste Brücke abbauen, was die in zwei Teile ist? Ja, das ganze Teil und alles. Außer aber die Straße kann man nicht. Ja, egal, dann mach ich halt noch das hier mit. Mach du das, ich mach das deinen Tag. Ja. Und wir farmen so auch Gläser als Teile. Ja. Man kann sogar das hier abbauen, wurschthaft. Ja, ich weiß. Ich mach das. Mau du das ab. Ich brauch das hier. Ich brauch das hier. Oh, okay. In oben brauchen wir nicht ab. Und dann geht das unten ab. Da fällt das oben ab. Ja. Warte. Mach du doch da, ich hab' weiter mit der Seite. Okay. Mach du so. No. Okay. Okay. Wie weit bist du? Oh, du bist schon weiter als ich. Ah, Gegner. Ja, bin ich nicht. Egal, wir fahren weiter. Ja. Oh mein Gott, ich lass mich sein. Da, weiter. Warte, wir müssen hier noch etwas bauen. Lass einfach editieren. Oh mein Gott. So geht das Spider-Netz. Aber wir müssen doch hier. Warte, fällt dann die Brücke auseinander. Krass dann. Nein, wegen der Straße. Aber wir können hier ruhig... Das ist ja alles noch hab dran, das Intergegel ist. Aber ich hab noch ne... Ich hab ne gute Idee. Wir haben hier doch ganz viele Gaskanisters, das sie einfach alle hier in der Mitte anzünden. Ja, die Zone kommt hier hin. Ja, die Zone kommt hier hin. Oh mein Gott. Ich hab richtig One-Shirt. Aber das verbrennt ja kein Metall. Nein. Ja, aber die Zone nervt. Na, die Zone... Da musst du schläppig warten. Was? Da musst du schläppig warten. Ja. Da konnte man immer so healen. Ja, ne. Da konnte man so richtig einfach die Runde gewinnen, wenn das in der Zone war. Ja. Und immer wenn du in Wasser warst, hat das dich sogar gefehlt. Ja, ich wurde eingeschossen von der Seite. Ich wurde weggesprayt. Hab eins. Ich hab aber eins schon da. Ich hab aber eins schon da. Ja. Beide haben... Einer hat Brune. Und bei einer hat Spiderman hinter weg wie einer. Ja, das sind die, die uns geklaut haben. Wo bin ich jetzt immer gespielt? Sind die Leute rein? Weiß ich nicht. Nehm die, nehm die, nehm die. Ja, von allen Seiten kannst du nichts machen. Ich bin tot. I'm dead. I'm so dead. ich habe sogar hier ja ich kann mir die verwende ich habe hier das ja warte ich gönne mich die krone bei die jetzt noch mehr liegen ich habe mein ganzes leben so nicht mein freundchen so nicht der kommt der kommt immer so so von der seite so manchmal noch einmal ja geil was ein bisschen märz ist wenn wieder geholt werden wieder geholt wurde irgendwo eine gute pump wegen ich habe gerade nur schruttpunkt ich habe nur eine goldene opus und nicht nur nicht medium ich sehe keinen er ist er slow er ist so low er hat 68 68 68 und er zwingt sich weg die das heißt die kommt immer so manchmal so nicht ich lade noch ich lade noch ganz kurz jemanden ein ja guck wir von meinen freunden kotzer meines zehn leute nein ich mir wenn ich mir bitte ich mag sie ein dann ist sie meiner lobby dann verlässt ihr wieder ja ich habe 300 hier 300 gold gold tschüss schön mal tschüss mal tschüss mal ja und weil das ist ja mal die neuesten kommt ja aber erst morgen und ich dem grad video ich weiß was ich bin mir dann auch bei tschüss aber nur noch bin ich bin mir dann auch tschüss oder nur wegen morgen der neue season ist nicht ein bisschen erleben bis 23 uhr du hast gesagt bis 23 hab einen daumen ich habe bei euch ich habe drei mädchen ich weiß wenn man für mich von euch was ist nein er weil ich es gibt du noch medica 3 wenn ihr ein bg gerade finde ich ein ok weil wir zu viel und dann sind die gestärkt ich habe als wenn du erst gleich jedes das machte man kann er war zu meinen sachsen kurz oder oder bleibt er so richtig offensichtlich und dann kommt er durch pushen und dann lasst und dann sprechen von der seite richtig weg ja wieso aber ich habe die krone da kann das wird ein kron sieg locker und sind auch nicht drauf wir sollen raus und wir sind da gar nicht nötige der haut wieder ab kurz gesagt aber ja ich habe jetzt aber dann hat er wieder ab kann ich mir ein bg drum zwei stück ich habe einen das mini ist leider auch nicht habe ihn ein hit gedrückt und holen so gut nichts 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 habe ich gesagt nein der ist da hinterm raum das war ich habe ich gespielt aber sind zwei und kümmerst dich um den da ich kümmere mich um den anderen einer kommt von rechts aber einer von rechts ist halt in der zonen glaube ich auch die geile sich verführen soll er will dies bei das haben ich habe auch einer war einer ist tot wir haben ein gegner und erst der sound lasst das geschehen wusste gespiegelt nein der lebt noch der andere nein einer und der ist da unten in der halbe erledigt muss sowieso rauskommen das macht der typ würde jetzt mit dem zonen sterben hinter uns hinter uns hinter uns wo ich bin der will real talk von zonen sterben nein das bleibt das ist der letzte hier echt oh mein gott ja ist mir gar nicht aufgefallen einfach ist mich schon ja ok oder noch eine krone und dann nein nein nichts mehr machen ja ich ich werde mich nicht mehr dazu ich krieg meine scheiß Flasche nicht aus du musst du dann überhaupt live man du musst du dann überhaupt live man ich bin nicht auf öffentlich machen nicht ich habe ihn nicht als freund aber wir ich bin gerade weg ich bin gerade weg Ich habe eine Flasche aufbekommen. Stimmt, ich muss noch meine Fettix. Oh, du schaufst es. Wohin? Nuss tötet, oder? Nein. Warum? Warum? Da sind wir jetzt zweimal hintereinander gestorben. Und gerade eben haben wir dann, wo wir Rocket Wheels gelandet sind. Äh, epischen Gold. Ich weiß nicht, was Rocket Wheels ist, aber das ändert sich immer. Alex, Kopf an! Hm. Alex, kannst du noch Deutsch oder nur nicht reden? Bist du Afrikaner geworden? Er hat doch nicht gesagt, er ist kurz weg. Ich habe gesagt, ich bin kurz weg. Bist du? Und ich weiß nichts von Alex. Bin da. Ich dachte, du kannst nur Afrikanisch. Bin wieder weg. Was macht der? Schlafen? Denk ich mir auch, Mom. Bruder, wo landet Alex denn? Ja, er war doch kurz weg. Ja, ich weiß ja nur Südamerika, wo er jetzt landet. Ach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schatzkarte. Und Alex ist wieder weg. Bin da. Wenn wir jetzt noch mal weggehen, was ich jetzt von. Schönen mal. Schönen mal. Hey, spielst du dann auch mal Rett? Der RdW? Hm? Spielst du dann heute auch noch RdW? Ja, ab und zu mal machst du auch Pause. Also, es ist die Spiegel ab und zu RdW. Ich hab Schatzkarte, also bei. Und? Ich hab Schatzkarte, also bei. Und? Was? Okay. Jetzt machst du a die Scheisse? Karriere sibt! Na, weh vor Kleines? Oble, bleh. Sir. der rückte 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 geschaffen und aufhören zum singen hätte die der rückte 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 an exakt immer dass ich ihn gestimmt habe ich habe nicht er hat es ist schon aber wir haben zu singen wickte rückte 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 singen der hat aufgehört zu singen du kannst ihn entstummen endlich mal krasse paus gemacht es wird gelegt dass man wenn der bus fahren kann nein es wurde selber von apple games gelegt ich hab zwei goldene ja dann lässt ihr mir auch mal was da ja eine goldene pappel jetzt alles gibt hier alex gibt hier her du hast schon eine markiert markiert jetzt gibt doch her ja die pappt warum gibt die jetzt her okay ich nicht dann hab ich aber viele pappt dann du geier von mir ist der gegner hinter mir ich kann jetzt scheitler rutsch ja wie das einfach sehen kannst du müssen vor mir war auch noch einer ich bin nicht eingespielt ich musste direkt hier ja anfangen das will ich nicht über uns oh mein gott ich hab ihn das ist mein not gib mir das gold das kommt hier wir wollen nur das gold nein gib mir das gold oder von der s ich geh mit machen nö ich geh raus egal hauptsache habe ich das gold und ihr geiert nicht das hält nicht mein kammer verkaufen das ist wei der glaube ich wir Ok, kommt ihr. Nein, Gold! Digga, was geiert ihr auf Gold? Die Seasons eh in ein paar Stunden vorbei, hä? Gold ist Gold! Ich will davon nochmal was cooles kaufen. Hm. Das ist aber eh dann weg. Nächste Season, weil nächste Season die Zeit weg ist, ne? Denk ich mal. Ja und, äh, Dings kommt, äh, Panzerkarrieren. Und? Ich hab noch 2.500. Ich hab 3.850. 1.239. Digga, was kommt hier immer zum View? Ich bin nur durchgelaufen und ich hab nichts genommen. So, nix. Bisse Gold. Ja. Hier. Hier nimmt man Höhe. Die hab ich schon. Ich hab... Ich nicht. Hm. Kurze Pause machen. Hier ran los. Hier ran los. Ich hab's jetzt. Ich hab' keine абсолютно Angst aufgehoben. natürlich muss man die munition ich will alles haben muss man ja alles alles haben muss man hat sich 9 55 er schuss hatte ich hier wird schon er hat das nicht jetzt kommt kommt das aufgesammelt ja und jetzt jetzt ja mir noch scheißegal in gold interessiert mich nicht und jetzt nehmt ihr nicht mehr die stoffen okay nein ich will es nicht warum bestimmt bestimmt nicht aber ich mag es nicht dann gibt man uns umsonst munition aus das wollte ich auch nicht aber ich und haben die ganze zeit also gegenseitig und sachen wird genommen ja aber ich mag es halt nicht ihr könnt das gegenseitig machen aber bei mir nicht nicht so okay dann macht es auch nicht mache ich auch nicht ich hab das doch nie hier müssen gemacht wenn wir versuchen die brücke abzubauen nein so ihr könnt das machen nicht so was ihr macht spadermann spadermann Mila Rappe Wusch, 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 wusch Alle haben Spiderman außer ich Wir bieten für dich Danke Mila Rappe Gold 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 Maschine Ich will nur mal sagen, da müssen alle Was? Da müssen alle Oh mein Gott, da hat ein Jump-Up platziert Oh mein Gott, ein Jump-Up Wer hat denn Jump-Up platziert? Einen Gegner und den Schneide geht als Hatterort und daneben Nochmal, daneben Ich geh ihn tuschen Ich seh ihn nicht Der ist auf Bär Hinter ihn, der merkt nicht Der ist dead Schaut mir nicht ab, das ist mein Loot, ich hab ihn gekült ne Der, wie oft noch, ich mach sowas nicht wie ihr Ich bin nicht so lust Oh Oh Die ist bei der Munde Danke, dass du die Lieder Goldene Pumf nicht legen musst Irgendwas 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 Ich bin unten gegangen D.h. etwas Das heißt, dass du weg bist ja jetzt hab ich sowieso marschallern und keine peter ich habe die spiderman markiert jetzt gesehen weil jeder maschinenpistole ich spielte es aber schrecklich ab und als 900 gar nichts ja ich habe ich habe eine goldene paar ich habe ich hasse die ar ich habe eine mythische mp was durch noch gar nicht nur eines drei habe ich auch ich habe eine goldene striker pump goldene mk7 noch mal eine gold ich habe goldenes striker pump ich habe wieder im kurs 7 mythische spiderman ja dann nehme ich die halt und dann habe ich den weg schon über alles und jetzt habe ich überall 999 schmerz und ja ich muss dann die goldene die goldene es ist mir mario es ist mir mario ich bin doch ein supermann ja weil man da beide bus fahren kann die panzer von der eu fahren kommt und auto attachment wieder kommt das geschützt auf dem auto sind ich finde ich hatte ich habe so gut alles dass wir wieder dann ist nicht richtig ist ja kann man einfach nicht alles im feld packen der nächste vorgegeben nächstes diesen bekommt noch die waffen nicht mehr wie oft noch hat die wohnzeit sind mein lot das ist mein gut und holz 99 von der ball ich dachte dass ich alles alleine machen muss ich gehe jetzt schon von holz 990 steigen ich hasse euch ja bei mir über die bono skype ist südkorea skype ist hilfe ich weiß nicht mal gemacht ich kann noch keine runde spielen ja ich komme nicht so da kommen wir zwischen sich ja ohne ich hatte kohle und lieben ihr kommt nicht nur schlecht ich war nicht zum team bei hoch zu kommen ja natürlich machen ich mache bereit ich bin da kommt einfach nur schlecht Lecker, lecker, lecker. Wie Sekunden hat Alex? Neun? Und ich? Wir werden es sehen. Ich habe auch neun. Ich bin mit Alex im Gleichstand. Bei mir wird angezeigt, du tanzt gar nicht. Ich bin jetzt gar nicht bereit. Doch, jetzt habe ich es erst bereit gemacht. Bei mir steht neun. Marvin, 84. Ich esse Suppe. Rahmen. Mit dir Rahmen, Liebe. Ja, ich mag es. Ich mag es sogar. Das ist so scharf. Ich weiß, es ist scharf, aber auch irgendwie richtig lecker. Ja. Ich gehe mir kurz Rahmen machen. Mir ist es halt egal, ob es scharf ist, ich esse es trotzdem. Ich gehe mir nach der Runde Rahmen machen. Ich mache, aber ich mache das immer mit, äh, wie heißt das mit Mozzarella. Ich mache mir gleich Rahmen. Rahmen, 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 Rahmen. Guck, nochmal Wokke, liege mir jetzt und dann haben wir wieder. Wir brauchen das Bademann zum Stand. Welcher dummes Kind war das? Luftballon. Wokke Reels, Wokke Reels. Wokke Reels ist Wokke Reels. Wokke Reels ist Wokke Reels. Wokke Reels ist Wokke Reels. Seitdem wir Wokke Reels landen, wollen wir ganz schön. Machen wir Epiken. Ja, sag dich doch. Deswegen landen wir nochmal Wokke Reels. Alles wegen mir. Weil, 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 ey, nur, nur weil ich ganz am Anfang gesagt habe, dass wir Rocket Reels landen sollen. Ja. Natürlich. Und wir brauchen eine Schatzkarte. So eine Schatzkarte funktioniert hier nichts. Marvin einfach ganz ruhig. Marvin hat doch gar keinen Bock mehr auf uns, glaube ich. Marvin hat gar keinen Bock mehr auf uns, glaube ich. Ich. Da gab's noch Finger hoch. Ich. Findest du auch, Alex findest du, dass Marvin noch auf uns Bock hat? Hm. Ich finde auch nicht. Aber er lebt noch. Ich lebe noch. Ich hasse meine Katze. Wisst ihr warum? Was? Wieso? Die tut in der Uhr, äh, meine Uhr umschme... Mein, ähm, von meinem Bruder die Uhr umschmeißen. Sorry, Alex. Die, ähm, meine Katze tut die Uhr von meinem Bruder umschmeißen, wo er, wo er in WG gemacht hat. Meine. Ey, Alex, meine. Gib her. Meine Maschine. Bin ich mir allein. Gib. Gib. Gib, Alex. Sie. Sie. Wir machen mit. Denkstab. Äh, nein, Alex. Ja. Gib doch einfach her. Gib doch einfach meine Waffe. 17 Meter von Waffen. Ich habe mich schon einfach aufredetieren kann, ja. Ehrenlos bist du, Alex. Ich weiß ja nicht, welche Waffen du meinst. Die lilane. Na, welche. Es gibt's mehrere. Ranger. Oh Gott. Und ich habe die ganze Zeit mitgehört. Toll, ich war kurz weg und hab die, ähm, von meinem Bruder die Uhr, ähm, schneller, ähm, wieder hochgestellt, aber mir ist es doch egal, ob ihr über mich redet und ob ihr redet, ob ich noch Bock auf euch hab, das ist doch egal. Kann ich verlaufen, mir schon sogar. Aber ich höre jetzt aber, was gut ist, ohne euch. Und gibt hier keine goldene Waffen, nein, erde. Ja, wie die, die Recker, ja, man. Nur das Ziel. Mhm, natürlich. Dann wieder weg. Ich habe jetzt alle goldene Waffen davon genommen. Jetzt die anderen Zeit, wenn ich in meinem Zelt, dass niemand von euch die holen kann, ne? Oder nicht, ich geh auf die Krammbo. 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 doch ich glaube und ihr müsst nicht gleich die regierung ich habe es sogar schnell er hat schon die goldenen wochen genommen weiß ich ich weiß was die gejahre ist das ist so aufhörig das ist das gegner ein paar gegner einer mit spiderman Ach nö. Ich sehe einen, der ist gerade am Auto eingeführt, da ist ein Lama-Boss. Tja, ich stumm denke gleich. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Wohin? Da. Schicken. Und wo? Das ist der. Snipen. Oh, ich konnte hier nie schossen im Auto snipen. Ist das eine schlechte Snipen? Ich weiß nicht, ob er links-rechts gegangen ist. Ich fahre mal weiter geradeaus. Ich fahre mal weiter zu machen. Doch, da oben ist er irgendwie. Da, da oben ist er irgendwie. Da, da oben ist er irgendwie. Da oben war sein Lama-Team-Mate. Also sein Team-Mate ist da oben. Da oben habe ich das Auto gesehen. Nach oben. Das meinen du dich auf den Gefühlt. Ja, natürlich, Mann. Ja, er hat gesagt, wir machen mit. Ich aber nicht. Was? Ja, wir haben gesagt, bei euch zwei kann man es machen, aber bei mir nicht. Was denn? Ja, einfach den Nut nehmen. Nein, da gar kein jetzt. Ja, kann eben. Warum nimmt die dann von mir den Nut? Kann eben hast du noch gesagt mit Winkel? Nein. Jetzt. Jetzt. Jetzt habe ich aber. Nein, das war schon. Nein, jetzt meine ich. Doch, das war schon so. Ich weiß. Hä? Nein, ich meine, jetzt sage ich, dass wir alle ohne machen. Nein, jetzt. Dann nächstes Mal sage ich, sagst du jetzt wieder. Nein, ab jetzt machen wir's. Weil du da erstmal deinen Nut genießen kannst. Ja, auch keine Nutzenfiste. Das ist doch scheißegal, Mann. Wie konnte nicht, wie geht das denn los? Nicht einmal in Lust. Oh, könnt ihr auch noch was machen, außer mal rumkämpfen. Wie? 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 Ja, einfach komm, Mann. Ja, scheiß drauf, ist halt eh schlecht. Tja, was für die zwei? Hab ich. Bei ihnen sind auch zwei Gegner. Bei mir waren drei. Hab ihn. Er geht über dich, über dich, über dich, über dich. Bei uns vier. Oh, Mann. Oh, Mann. Kannst du. Kannst du. Kannst du. Malfach. Links, rechts, links, rechts, überall, überall. Ich komm, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, wir brauchen Hilfe, wäre nett. Wunsch, Den einen exercitierten. Den anderen exercitieren nicht. Nhhhh man kann wohl nicht machen das nicht. Die sind vier Gegner. Ja, die sind schlecht. Das sind zwei. Vier, ich hab die andere um so um die zwei gek больше gemington insanity. Ich bin auch tot. Na, scheiße. Entschuldigung. So tut man ab, Home Run. Ja, und uns entsticht lassen. Ja, was soll ich machen? Jetzt bleibt die Zone. Jetzt musst du Solo gegen Trio. Die Kopfgeld hat mich gekühlt. Mich auch. Bis zum Ende bleibe ich hier. Ich will gucken, ob du es schaffst oder nicht. Was? Episch. Wir wollen uns alleine. Ich könnte nicht voll sprayen. So bin weg. Gucke dir zu. Auf mein Handy. Auf mein Handy. Abmorgenagon. Das ist die die ersten Idee. Der Busch, der Busch. Hey, hab ich ihn? Was ist denn? Du bist in der Zone, das sagst du. Hey, wow, mir interessiert was. Das wär auch nicht, Mann. Wir haben nicht gesehen. Ja, scheiß, Mann, du bist einfach so schnell. Ich kann die so schlechten Spiele, Mann. Ich bin nicht schlecht. Okay, komm, Mann, wir wollen. Komm doch, wenn du dich brauchst. Das tut mir aber leid. Ich hab's vergessen. Leute, ich setze aus. Ja, hallo? Oh, besser. Hast du ihn gekekt? Besser. Ja. Okay, dann spiel du ein bisschen Solo. Wieso? Was machst du? Und ich esse. Aber ich guck jetzt so auf mein Handy. Ja, ich esse aber jetzt auch erst mal was. Ja, im Haargrühen. Ja, okay. Ich hab so eine krasse Verletzung. Also, hallo? Ja, ich hab so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe gedacht, dass ich die Kürze bin. Ich habe es nicht so gut gemacht. ja man kann nichts machen ja wenn du nur mit einem pc spielen kannst dann können wir auch motiv ich habe nur einmal mit dem piegel spielt ja ich würde einmal gucken wie reagieren direkt in die jede runde die karte war so und Schaut. Komm, Aura. Ja. Aber ich geh auch auf. Tschüss. Alter, wohl die Team. Hab ich ja alle grad geholt. Aber ich muss auch langsam nachladen, Leute. Oh, ne. Oh, ne. Und so. Oh nein. Ja, ja. Das hab ich hier bescheuert. Ja. Tschüss. Ja. Ja. Weg, 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 weg. Zu. Oh, komm. 45. Ich kann mir die Wände holen. Oh, Leute, wir holen uns die Wände. Warte, ich droppe erstmal das hier weg. Alle. Komm, der andere wird sich doch nur wieder weg. Oh. Ah. Was. Oh. Okay. Oh. 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 Ich kann nur ruhig weitersprayen. Nein. Der andere Safga. Hä? Ey. Nee. Digga. Ich hoffe der guckt nicht mit Stream. Jetzt hört der dann alles mit, was ich sage. Tschüss. Nein. Aber wir holen da so auf Leute. Ein zweiter Platz. Der letzte ist T-Mobile-Sins. Ich wollte den eigentlich gar nicht runter schießen. Ach. Mann. So bin er wieder platzieren. Wie immer eine Musiker. Danke. Tschüss. Der. Ich bin grad runtergekommen direkt. Schönen die drauf. Oh nein. Ja komm. Nein. Nein. Man kann einfach nichts machen. Den Minigang. Aber wir nehmen keine Minigang Leute. Ach der. Ja der guckt Dokumente. ganz schön. Toll. Ich guck nicht den Zuschauer. Und. Er steht da nicht. Irgendwie. Plötzlich. Null. Ja gut. Er guckt nicht. Aber es ist immer noch auf Kürtel. Ich habe keinen, 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 keinen. Okay. Man kann nichts machen. Es ist Karma. Okay. Man kann nichts machen gegen Minigun. Man kann nichts machen gegen Minigun. Man kann nichts machen. Man kann nichts machen gegen Minigun. Ja, wenn ich nicht getippt hätte, hätte ich die so gefetzt. Der andere ist immer noch FK. Oh man Leute, uns fehlen noch 5 Gold oder so lange. Ich bin nicht mehr auf dem Kaufen. Ich muss schnell die Kühne leute. Schnell. Nein. Ich habe nicht die Kühne leute. Ich habe nicht die Kühne leute. Ich habe nicht die Kühne leute. Ich kann nicht ausrasten. Kommt, bevor der andere kommt, wenn sie mit mir kommen. Oh mein Gott, da ist jemand. Kommt, bevor der andere kommt. Kommt! Leute, wir haben jetzt einfach geliebt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, wir nehmen ein... Äh, ja. Wir gehen einfach in den Lager rein. Geht auch irgendwie nicht. Dann laden wir einfach rein. Wartet mal. Ist der falsche? Magen, da. Also, wir gehen einfach rein. Dann werden wir einfach rein. Aber wir gehen einfach rein. Die Kinder nimmt einfach nicht an, Leute, wir werden sagen, wir gehen einfach mal in ein Team rein, was sollen wir machen? Leute, sollen wir in ein Team rein und dann komische Chance abspielen? Oh nicht. Hallo? Was ist? Bist du fertig mit Aufräumung? Nicht mehr viel. Was musst du denn noch? Nur noch meine Couch. Was? Nur noch meine Couch. Raus. Was denn bei deiner Couch? Müll wegräumen, Leergut weg. Fertig. Ist okay, aber kannst du aussetzen? Ja, mach ich gerne. Ja, mach ich. Und du gehst raus. Hm? Meine kleine Schwester ist mein Couch. Ich glaub, ich geh Erde weh. Leute, schreib ihn mal wieder. Joppen. Kannst du die, wie wir in der Nähe Kikki überlegen? Hütteln? Kannst du sie? Na, das war noch mal wieder. Oah, ist das Blanke. Mach ich, mach ich. Schwer ich. Schwer ich. Hast du das gehört? Was? Diesen Alarm. Das ist Marvin. Ich weiß, hallo, Marvin? Ja. Was sollen wir denn ins Zocken? Mission? Wunder. Ich fang vielleicht wieder zum Heulen um. Wieso denn? Ist egal. Wenn du ein Heulen liest. Ja, was willst du? Was willst du? Ja, was willst du? Ey, Marvin, egal. Stumm ihn einfach. Wenn er das macht, dann stumm ich ihn. Hä? Und was ist das nicht? Ich habe ihn ja schon gestummt. Hat er mich auch gestummt? Äh, jetzt. Jetzt höre ich Marvin nicht mehr. Hört man mich? Ja. Ja. Der hat mich nicht gestummt. Hört man mich? Ja. Ich nicht. Hey, doch, du hörst mich. Sonst hättest du nicht gesagt. Ich nicht. Also, das... Ich bin direkt neben dem Ablass gespawnt, ne? Wo ist eigentlich Finn hin? Hm? Lass uns gegen den Sturm kämpfen. Mann, immer Gruppenkanal. Ey, wo ist eigentlich Finn hin? Finn hat ein Fußballspiel. Ey, hier ist kein Boden. Ich wünsche ihm Glück, dass er gewinnt, ne? Ja. Finn. Was... Was willst du? Ich wünsche Finn Glück, dass er gewinnt, weil er ein Fußballspiel hat. Ja, ich auch. Ich verlasse Koffe. Warum? Weil ich es kann. Also Schuss. Immer diese Antwort, weil ich es kann. Nervig. Was ist los? Was? Ein Zuschauer. Wir haben zu. Nein. Geil. Hey, wie soll ich denn zuschauen, wenn ich, ähm, eher die Reel zog? Wo kannst du das dann sehen? Ja, ich bin kurz rausgekommen. Ja, wenn du reingehst, dann hab ich doch einen Zuschauer. Ich bin mir grad Mission. Ich hab ne Falle bekommen. Ey, willst du fallen? Was? Wirst du fallen? Was? Wirst du fallen? Wirst du fallen? Fallen? Willst du? Ja, willst du. Hoppen? Wirst du fallen? Wirst du fallen? Wie sollst du fallen? Ich hab ich dir, was darfst. Wirst du sehen, dass du nögen kannst? Ich bin jetzt angegriffen. Schau uns, wie geht die Aufgabe? Ich habe eine Mission, platziere einen Atlas auf dem Ziel. Warte, was ist das für ein Atlas? Hey, was ist ein Atlas? Ja, komm her. Ja, warte, ein Leuch, ihr müsst drin trinken, ich habe, rette die Welt seit vorgestern oder so. Warte, noch nicht starten. Das ist ein Atlas. Ich muss es. Ja, ja. Ja, das ist fertig jetzt. Okay, wir müssen nur beschützen. Okay, ich stimme schnell ab. Ich drücke einfach ja. Ich gehe da drauf und stimme ab. Gut. Du schaffst mit Kommandant. Du schaffst mit Kommandant. Und jetzt musst du Zombies killen. Ja. Halt die, wo auch herkommen. Ist ja richtig. Ja, bei mir. Kann man nicht von zwei Seiten? Ne, nur von einer. Nicht, wir nehmen doch nicht den Schwert. Nehmen einen Schwert, der fast kaputt ist. Ja. Ja. Ich beschütze mich mal ganz gut. Oh nein, Junge! Ich bin nur die Asperger, die man gestern gegeben hat. Ist nicht auch kaputt. Ich beschütze mich mal wieder ganz gut, wenn ich muss. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Ist das gerade eigentlich dein Mission oder meine? Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. playing Ich kann nicht mehr so weit weg. Ich kann nicht mehr so weit weg. Okay. 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 Oh nein, die machen das kaputt. Alter, das ist doch so gut. Diese Seite hier. Geht weg. Du auch. Das ist ein Rocket Moon. Ich hab null. Ich bin doch selber. Ich bin doch. Ich bin doch. Ich bin doch. Ja. Ich bin doch. 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 Oh Mann. Ich bin doch. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin doch. Ich bin doch. Warum muss ich das noch mal machen. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin doch schon. Zu Null Bei mir steht ein Einer zu Nein Aber nur mir passiert das Was denn? Ja, dass ich aus dem falschen Genopf drücke Verdamm Ich hab sogar 60 Freundschaften zu fragen Null 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 auf ruhe modus ich bin dann habe ich direkt das update fertig wenn dann habe ich direkt das update fertig und kann direkt wie macht man das ist du schaltest du bist also du gehst auf in den drücken spiel tasche gedrückt dann gehst du auf power und dann gehst du da auf die power und dann als die wiese dafür wenn die kaputt geht hast du die dann noch kannst du mir die dann geben scheiß drauf welche farbe grau oder grün oder gold oder lila oder blau ich hab dir nicht ich hab dir nicht gegeben ich hab dir nicht gegeben dass die hat jemand anders stehen geben aber das war glaube ich nicht mein schweiz kaputt Hast du ähm von diese Waffe Munition welche von Elektro Räuber? Nein, ich darf dich essen, ja ich habe, aber ich darf dich selber für den Buben. Kannst du jetzt die Dings platzieren? Die ähm Atlus, den müssen wir ja schon mal finden. Mh, war da. Ich glaube ich habe ihn schon mal finden, war da. Wer hat mich eingeladen? Die kenne ich nicht. Ich habe einen Atlus. Aber das ist erstmal die Überlegenden. Ich komm zu dir. Lass aber als erstes die Überlebenden helfen. Wo sind die? Ja, suchen. Das ist ja ein Spiel, wo man suchen muss. Und es helfen muss. Das ist ja so eine Story. Gute Arbeit, weiter so. Ja, gib mir so rein, ich stehe da oben mir zu. Ich platziere schon mal den Atlus, aber ich tue noch nicht aktivieren. Ziel erfasst. Platziere den Atlus auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Platziere den Atlus auf dem Ziel. Jetzt habe ich keine Aufgaben mehr. Jetzt habe ich nur noch platziere den Atlus auf dem Ziel. Jetzt habe ich gar keine mehr. Gute Arbeit. Warte, noch nicht aktivieren. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Ich will schon, von wo die kommen. Die kommen von einer Seite, vermute ich. Oh, ich habe die gleiche Waffe wieder, Mann. Kann ich jetzt? Warte. Ich hoffe jetzt nicht, dass die von zwei Seiten kommen. Die kommen von da, glaube ich. Kann ich mit hier. Kann ich denn jetzt? Ich mache in 3... 2... Halt doch nicht, doch nicht! Wir müssen erst mit bauen. Wir müssen die Base erst mit sichern. Na okay. Zack, 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 zack. Okay, warum kann ich die nicht bauen? Zack, zack, zack. Hä? Ich kann hier nicht bauen. Ich auch nicht. Das ist einfach ganz anders. Anders schützen. Hä? Ich kann hier nicht bauen. Ich glaube wegen dem Baum, oder? Hä? Oh, scheiße. Ich habe jetzt so einfach gedacht. Warte, noch nicht? Äh... Ich mache. ... 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 Jetzt, das ist doof! ... Ja okay, dann kill ich die, die trotzdem müssen. Ja okay, dann kill ich die. ja warum verstehst du nicht schießen ja ich kenne die Zombies ich ja also zu mir ja moin digga nur du einmal weg ist kommen alle zu mir ja moin digga ganz von mir weiß was ich geh auch drauf digga nie ja 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 Du hast ein bisschen Pumpschuss. Nein. Ich habe Bälle runtergeschmissen. Ich höre noch 30 Sekunden. Ein Schuss noch mal. Null. Ich habe ein Schuss gemacht, Kommandant. Hey, ich habe doch mehr Schaden als du gemacht. Was? Achso, ja. Ich habe 2.700. Oh, oh, oh. Was ist denn noch ein bisschen jetzt? Drei, vierzig. Halt. Sü. ein bisschen wieder etwas mit den atlas machen das können wir jetzt immer wieder machen du hast immer noch ein zufragen und ich glaube es ist nur mein freund dazu Du hast mir da echt den Arsch gerettet. Wenn ich nur daran denke, dass meine letzte Exfiltration 15 Jahre ist. Und meine V-Bucks. Ja, 400 V-Bucks. Komm, let's go. So. 1,000 V-Bucks. So gerade eben. 2,000 V-Bucks. Aufträge. Ich bin nicht bei Datenbeschöften. Vorschug, ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht noch andere Waffen. Andere Waffen. Ich lange. nicht geschliffst oh die oh in der Lama ich hab' ein goldes Schwert ich hab' die Windgeschwindigkeit gemessen ja, zwei wir warten, nooist das tu ich wirklich und damit so was nicht nochmal passiert hallo? ich hab' ein goldes Schwert ich hab' ein goldes Schwert die ersten drei Wetterballons müssen gerade eins jetzt Spetterballon 1 her mit den Messergebnissen wer wird zur Musik deiner Qualen tanzen ich will doch kein Lied an den Wolfschläger ich will doch kein Lied an den Wolfschläger ich hab' schon Lied an den Wolfschläger Mann hast du Lied an den Wolfschläger bekommen? ja, ich kann mir den Bogen holen soll ich? den was? welchen Bogen soll ich mir holen? den Lebensdienst oder Schlachtfeuer 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 denkst? gecrafted äh, was für gecrafted? ich hab'n so, da haben wir schon 48 40 ich liebe dich ich liebe dich wie hast du ein Ding ist? ein Lied an den Wolfschläger Mann wie hast du ein Lied an den Wolfschläger? äh äh Skizze davon was? ich hab halt die Skizze davon wie viel hast du? die Heimatbasis lässt Balance steigen um den Sturm zu beobachten gar nicht mal so schäbig ich hab'n vielleicht können wir herausfinden was die Daten beschädigt hat der Landeplatz liegt irgendwo in dieser Zone du suchst zu Fuß und ich auf der Luft hm ja ok welch die Karten hab'n noch? lang bist du drin? ey, bist du drin? nooo hallo bist du drin? ja warum tust du in der Runde starten? ich hab'n schon lange ah lang Platz anych ich hab'n ich hätte grade was goldtes bekommen ich hätte grad grad was goldene Waffe bekommen, ne schau mal meine Drohne das hier ist meine Drohne Wir müssen den Loot-Drop beschützen. Wo, wie, was, wo? Bauen wir besser eine Verteidigung auf. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Vielleicht können wir herausfinden, was die Daten beschädigt hat. Soll ich Mission starten? Soll ich Mission starten? Hallo. Nein, wir haben noch zwei. Befestige Landeplatz. Und jetzt hör auf zu meditieren. Ja, okay. Oder muss ich immer alles alleine machen? Ich hab gesagt, hör auf zu meditieren. Ich editiere doch nicht. Doch. Doch, du musst editieren. Ich seh's. Ich seh's doch. Jetzt hör auf zu meditieren. Wo editiere ich? Ich geh doch nur auf Wowplan. Oh. 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 Okay. Ich kann mal auf ins Set zum Tuscheln. Das war's für heute. Schau mal, ich hab das von da bekommen. Was? Was war das? Was war das? Wo? Das da? Warte, kann ich ganz kurz? Kann ich einmal schießen? Mach halt. Okay, warte. Ich bin bei Dino oder so. Warte, wo ist ein Dino oder so? Ich bin bei Dino oder so. Ich bin bei Dino. Ich bin bei Dino oder so. 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 Ich bin bei Dino. Ich bin bei Dino oder so. Ich bin bei Dino. 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 Ich habe das runtergeschossen. Meine Drohne macht schon alles. Oh mein, die Drohne ist weg. Ich war ja irgendwie geschwärts, ich konnte aber wohl das nicht gewinnen muss. Hey, was? Ich war ja irgendwie geschwärts, obwohl das gewinnen muss. Was war ja schluss? Das Schwer. So. Die Daten sehen gut aus. 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 Die Daten erhalten. Boom. Der Pai erfolgreich angerufen. Du musst nichts machen! Du musst nichts machen! Alter, du musst jetzt die Drohne! Du musst schnell aufladen! Deine Drohne ist weg! Blob eine Datei! Jetzt in 60 Sekunden muss ich nichts mehr machen. Die Daten sehen, oder? 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 Die Daten 40 Sekunden hast du nicht bef Hunger, oder? Die Daten sehen, oder? Die Daten sehen gut aus. Fleisch, komm her! Die Daten sehen gut aus. 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 Nein, die Waffe ist kaputt. Die Daten sehen gut aus. 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 Äh, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, was? Äh, ja. Oh, was ist das denn? Kommst du hier raus? Hä, wie hast du das denn gemacht? Was? Äh, was ist das denn? Hä? Null. Gib mir mal meine Rechte. Nee. Doch. Junge, aber mach nichts kaputt. Ne? Ich mach auch nichts kaputt. Gibst du mir jetzt Rüchte? Ja, okay. Die Gakimuall. Die Gakimuall. Die Gakimuall. Also, es ist so ge祐, dass du nicht gefeiert hast. Ja. Die Gakimuall. Danke, dass du mit meinen Geräten gehst. Ich edelt hier das nicht. Ich nehm die ganze Geräte weg. Lass die Band hier in Ruhe. Warte mal, warte mal, warte rein. Jetzt gib mir wieder Rechte. Gib mir jetzt wieder Rechte. Hab ich. Alles klar, Schildleistung steigt. Komm, ciao. Ich hab die Rechte gegeben. Okay. Ich hab die Rechte gegeben. Ich hab sie weg. Ich hab die Rechte gegeben. Ich hab sie blitz genommen. Ich hab sie auf den Rechte. Ich hab sie bei ihnen. Ich hab sie verisiert. Ich hab sie mit mir in Ruhe. Das war's. 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 Belle. Shockbar gehen. Und jetzt den. Dann beim Guck mal, ob der fertig ist mit seinem Zimmer auch wollen. Oder was der machen muss. Hä? Ich hab's hier jetzt engladen oder nicht? Ihr stirbt doch. Ich muss gefühlt gar nichts machen, überall fallen, sterben schon von alleine. Den machen wir noch so, zack, zack. Nein, die Tür geht nicht so. Und dann machen wir so, zack, zack. Ja, ganz easy, Digga. Du kannst kommen, Digga, ich kann sogar verkaufen. Du kannst, Digga, ich kann nur ein Trud. Du kannst, Digga, ich kann nur ein Trud. Ich muss schnell wieder hoch, Leute. Quotzack, Quotzack. Quotzack, komm jetzt auf! Komm jetzt auf! Komm jetzt auf! Gut, komm jetzt auf! Ey! Oder ich mache mir so. Schau! Oh, das stimmt ja auch. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Du hast es geschafft! Bamblitz, wir haben es geschafft. Easy peasy, lebe es so easy. Ich bin so glücklich. Warte, mach es schon, bitte. 3, 4, 5. Habe ich noch drei, zwei, vier. Das war's. So, speak, 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 speak. Ein Vollzeit-Ingenieur, der dir bei jeglichem Technik-Kram weiterhilft. Darf ich vorstellen? Kevin! Der Dreieckige! Nimm's nicht persönlich. Wie gesagt, Ingenieur, fröhlicher wird er nicht. Jetzt reicht's mir aber, kleiner Roboter! Was reicht dir? So soll das also laufen, hä? Willst du das wirklich? Was machst du denn hier? Ist da, ist da Meissner? Keine Ahnung, was das sein soll! Lars, ich hab keine Ahnung, was dich so aufregt. Hab ich die Probezeit bestanden oder nicht? Probezeit? Ja, ich würd sagen, ich gehe mal in die Probezeit. Die Macht hat dir echt zu Kopf gestiegen zu sein, Freundchen! So, jetzt sind wir wieder Battle Royale am Start. Ich hab mir gerade dritte, wie die Welt gezeigt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Leute, ich würde sagen auch, dass... Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Streaming. Wir beenden ihn. Aber ihr könnt noch meinen Livestream auf TikTok euch ansehen. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Schaut dann mal meinen Livestream auf TikTok vorbei.